Hallo ihr Lieben, weil ich viel zu wenig Zeit habe, mache ich ein wirres, wirres Video mit ganz vielen Themen in einem, die nur sehr, sehr indirekt was miteinander zu tun haben. Das erste ist, in der Doku, die ich auch schon im anderen Video verlinkt habe, über die Ähnlichkeit zwischen uns und anderen Affenarten, was eben auch gerade das Sozialverhalten oder wenn man so will Moralverhalten angeht, gibt es eine interessante Passage, die vieles widerlegt, was ich in früheren Videos behauptet habe, nämlich dass Bonobos friedfertige Affen sind. Sie sind tatsächlich nachgewiesenerweise deutlich fremdenfreundlicher als Schimpansen und teilweise auch als wir, aber sie sind nicht in der Weise in diesem Ausmaß friedfertig, wie ich das früher dargestellt habe. Also wer sich diese Korrektur meiner eigenen Ansichten anschauen will, der schaue sich diese Art der Dokumentation an. Ziemlich in der Mitte des Videos taucht das auf, also in welcher Weise auch Bonobos innerhalb ihrer eigenen Gruppe durchaus gewalttätig sind. Das nur am Rande, damit ich es erwähnt habe und nicht einfach verschweige, weil es mir nicht ins Konzept oder in den Kram passt. Es ist für meine komischen Metaframes jetzt nicht das Riesenproblem. Ich finde eher, die Doku zeigt nochmal deutlich, oder ich finde macht spürbar, wenn man meinen komischen Metaframe im Kopf hat, wie groß der Sprung für Affen wie uns eben von Gemeinschaft zu Gesellschaft ist. Also das ist etwas, was wir beständig im Grunde aus meiner Sicht vor uns selbst verbergen. Also weil wir halt jetzt schon sehr, sehr lange Gesellschaften bilden, neigen wir dazu, über diese fundamentale Differenz von Gemeinschaft und Gesellschaft drüber hinwegzugehen. Also wenn wir nicht gerade zufällig selber Soziologen sind, tun wir das. Soziologen unterscheiden das die ganze Zeit und zwar sehr streng. Aber sozusagen Soziologen thematisieren in der Regel nicht so stark, was das individuell für uns bedeutet und was das eben auch für die Fähigkeit von Gesellschaften bedeutet, sozusagen dauerhaft friedlich miteinander auszukommen. Das ist die eigentlich politische Frage und die beschäftigt Soziologen in dieser Form erkennbar nur selten. Leider. Also der Kern ist, die Formen wie Affen wie wir Friedlichkeit und Kooperation in ihren Gruppen herstellen, ist eine Form, die nicht mehr funktioniert, sobald wir größere Gesellschaften bilden. Und das ist also unser Grundproblem eben aus meiner Sicht seit circa 10.000 Jahren. Unsere Gesellschaften sind zu groß, als dass unsere üblichen Praktiken wie wir sozusagen den Kit der Gesellschaft herstellen. Und am Leben halten, dass die noch funktionieren können. Und das bringt mich zu einer Thematik, die mir immer wieder wehtut. In der heutigen Zeit, wo viele Medienschaffende begriffen haben, dass sie ein Problem haben, ist eine Art Erkenntnisblockade am Werk. Also einfach einen Schritt über das hinauszugehen, über den Rahmen, in dem das gewöhnlich verhandelt wird. Weil immer noch Medienschaffende darum ringen und darum kämpfen, sowas zu bieten wie den Kit der Gesellschaft. Und das war immer verfehlt, schon immer, nicht erst neuerdings. Und wir wissen auch mittlerweile, warum dieser Ansatz komplett verfehlt ist. Also warum sozusagen nicht die Medien, auch nicht der öffentliche Rundfunk, auch nicht die Medienvielfalt, auch nicht Twitter oder Mastodon oder YouTube oder irgendwas der Kit der Gesellschaft sein kann. Das ist also eigentlich mittlerweile vollkommen klar. Es geht schon damit los, dass man Medien sehr leicht wegklicken kann, ohne großen Aufwand. Also ich kann mir die Medien suchen, die mich in meinem Confirmation Bias bestärken. Also insofern sozusagen Medien neigen dazu, die Trennungen, die es zwischen uns gibt, sag ich mal freundlich, noch sichtbarer zu machen, als sie vorher schon waren. Also sie machen sie sichtbar, aber die Trennungen sind vorher da. Und im schlechtesten Fall verstärken sie sie noch zusätzlich. Aber sie bringen uns nicht zusammen. Also die Vorstellung, es gäbe da einen öffentlichen Raum und das sei irgendwie sozusagen ein medial aufgespannten Raum, der uns in Verbindung bringen würde, ist völlig absurd, diese Vorstellung. Warum Medienschaffende dem Anhängen hat meines Erachtens viel mit dem kognitivistischen Vorurteilen in der europäischen Kultur zu tun. Also mit der Überbetonung sozusagen der Bedeutung, die Worte und Bilder haben seit dem Platonismus. Also ich nenne das halt Kognitivismus. Also eine Verkennung dessen, dass sozusagen wir sehr unmittelbare, sehr physische Wesen sind, so ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass bestimmte Dinge medial einfach gar nicht möglich sind. Also auch ein Überfrachten von Erwartungen an Medien, was Medien leisten können sollen. Medien sind wunderbar, mit ihnen ist nichts falsch, nur bestimmte Dinge können sie einfach nicht. Und das Problem besteht darin, aus meiner Sicht, dass wir es ihnen aus Verzweiflung in diesen schwarzen Peter zuschieben, dass sie doch bitte der Kind der Gesellschaft sein sollen. Und das Schlimme ist, viele Medienschaffende, also viele Journalistinnen, Redakteure und so weiter versuchen diesen Auftrag tatsächlich anzunehmen. Das ist ähnlich wie bei Berufspolitikern. Und das ist eigentlich das eigentlich Fatale, dass sie also nicht sich dagegen verwehren und sagen, hört mal zu Leute, das was ihr von uns wollt und was wir auch selber gern würden, das können wir einfach nicht. Also ein Nicht-Dazustehen zu der eigenen Unfähigkeit, und zwar eben nicht als Person, sondern systemischen Unfähigkeit. Das hat also nichts mit Menschen zu tun, es hat was mit Mechanismen zu tun, könnte man sagen, oder mit Systemen. Also Medien können nicht der Kit sein. Das können sie übrigens noch nicht mal in so komisch gleichgeschalteten Systemen, so a la, was weiß ich, Pravda in der Sowjetunion oder so. Also noch nicht mal Medien, die also sozusagen unter extremer Zensur, mit extremer Zensur agieren. Denn auch die können kein Kit der Gesellschaft sein. Da entsteht kein, also da muss man mal hinterfragen, was bedeutet denn Kit zwischen Menschen? Also wenn wir sagen, es gibt ein Kit zwischen Menschen, wie stellt der sich her? Und das hat mit Medialität rein gar nichts zu tun. Also du kannst natürlich die Leute behumsen, indem du ihnen also immer wieder die gleichen Dinge in den Kopf impmst und ganz viel von der Realität aussparst und über ganz viel gar nicht redest und ganz viel gar nicht zeigst. Das kannst du alles machen. Aber was du dadurch nicht kriegst, ist Verbundenheit zwischen den Menschen. Weil Verbundenheit zwischen den Menschen, und das hat mehr was mit uns zu tun als mit Medien, so halt nicht entsteht. Und das ist auch nicht groß überraschend, weil wir Menschen sind schon eine ganze Weile da und Medien existieren halt noch nicht ganz so lange. Also so schnell ist halt die biologische Evolution beim Menschen nicht, dass jetzt wir plötzlich irgendwie Verbundenheit über Medien herstellen können. Also was erwarten wir von uns? Oder was erwarten wir von Medien? Wie kommen wir denn zu dieser bekloppten Erwartung, dass Medien der Kit der Gesellschaft sein können? Und wenn ich also mir ernsthaft diese Frage vorlege und sage, ja woher kommt denn das, ganz nüchtern? Dann komme ich auf die philosophische Tradition Europas, die halt immer zu sowas wie Logozentrismus geneigt hat. Und er hat also immer, sozusagen seit Platon gibt es halt einen tiefen, tiefen oder breit ausgetretenen, ich weiß nicht, ich soll sagen, so eine stark vertretene Tradition, die also sehr stark sozusagen das Naturwesen Mensch gedisst hat, das den Körper gedisst hat, das Emotionen gedisst hat. Das ist alles, also sehr, sehr platt jetzt dargestellt, fouibä für Platon. Ja, das ist alles chaotisch und unzuverlässig. Und er sucht dann sein Heil, also im Logos, ja, in der Vernunft und was halt gleichzeitig irgendwie Sprache bedeutet. Naja, diesen Auftrag dieser platonischen Kultur, da sind wir halt immer noch voll drin. Und weil wir in dieser platonischen Kultur immer noch voll drin sind, erwarten wir von Medien, dass sie uns verbinden sollen und zu friedlicheren Gesellschaften führen sollen. Und erkennbar ist das aber nie der Fall. Und da muss man dann irgendwann fragen, ja okay, irgendwann muss es doch auffallen, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und zwar nicht mal nicht, sondern beständig nicht. Also, dass da mit unseren Grundannahmen über uns selbst und eben auch über welche Rolle können Medien spielen, irgendwas nicht stimmt. Und dann hört ganz viel Leid auf. Also, was ist der aktuelle Fall? Wie komme ich dazu? Ich habe gerade Essen gemacht in der Küche, da läuft da manchmal neben er BR24. Sonntags ist immer der Tag, wo halt da lange, lange Sendungen laufen. Und da läuft eine Doku über das, was gerade mit der BBC los ist. Ja, so komme ich jetzt dazu. Das ist der Auslöser. Und da wird also beklagt sich darüber, dass die BBC als Instanz und Entität irgendwie jetzt da irgendwie zerrieben wird und so. Da muss man nur sagen, hey Leute, also wie soll man sagen, da gibt es nichts zu betrauern. Entschuldigung, ja, ich kann das verstehen, wenn ihr zufällig Journalisten seid, dass euch das erstmal wehtut. Aber es tut euch weh, weil ihr von falschen Voraussetzungen immer schon ausgegangen seid. Da ist kein Schmerz. Aber es ist erwartbar. Also, die Medienlandschaft der Zukunft sieht so aus, wenn wir nicht unsere verfassungsmäßig weiterentwickeln, also politisch weiterentwickeln. Also, wenn wir nicht zu anderen Formen von Politik kommen, sieht die Zukunft der Medienlandschaft so aus. Alle möglichen Milieus haben halt ihre eigenen Kanäle. Das haben sie ja im Grunde jetzt schon, ja. Und die Kanäle der anderen nehmen sie nicht wahr. Ja, das geht also, das beginnt bei Printmedien natürlich. Das setzt sich weiter fort über Fernsehsender. Das setzt sich weiter fort über Streaming-Plattformen, über verschiedene Kanäle. Und jeder schafft dann halt so sein eigenes Netzwerk. Und einend kann da gar nichts sein. Und kann es einfach aus dem Grund, wenn euch nicht schmeckt, was ich hier Komisches fabuliere, dann klickt ihr mich halt weg. Und zwar zu Recht. Und das mache ich mit euch genauso. Also, bestimmte Leute lesen halt die Dinge, die sie halt lesen wollen. Ja, und die halt in ihr Weltbild passen. Und das wird nie anders sein. Also, Medien können uns nicht vereinen. Medien sind eher Ausdruck unserer Trennung, wenn sie sie nicht sogar noch verstärken. Das Gleiche mit Parteien, ja. Parteien sind Ausdruck unserer Getrenntheit. Aber sie verbinden uns natürlich nicht. Das sagt ja schon ihr Name. Partei. Ja, Pass. Der Teil, nicht das Ganze, ja. So, und, ähm, also, das ist einfach ein Problem, das letztlich in unserer Psychologie und Anthropologie und in unserer Entwicklungsgeschichte als Menschheit begründet ist, warum das so nicht funktioniert. So, das war jetzt zu Thema Nummer zwei, was irgendwie mit dem anderen zusammenhängt. Jetzt komme ich noch zu was ganz Spannendem. Anderem, was ich schon länger im Hinterkopf habe, das mal zu machen. Ich werde jetzt tatsächlich in diesem wirren Video mal kurz ein bisschen in einer bestimmten Übersetzung aus der Pathologie des Krieges von Tocydides lesen, auf die ich ja auch immer wieder hinweise. Ein klassischer Topos, ja. Topos ist der Ort, also ein bekannter Ort, der häufig zitiert wird und der sozusagen eine Art kultureller Anker ist, also den viele Gebildeten kennen und der sozusagen ein Ausgangspunkt einer von vielen Wurzeln ihres Denkens ist. Und das ist, äh, bei der Pathologie des Krieges von Tocydides einer bestimmten Stelle in seinem Werk Der Peloponesische Krieg, wie es heute genannt wird, ähm, der Fall. Und den werde ich jetzt mal lesen und wir schauen, was passiert. Also, ich auch, wo ich es lese, das werde ich auch noch verlinken. Es ist hier, äh, Altgriechisch und in deutscher Übersetzung, äh, gleichzeitig da. Hier heißt es, äh, im Text folgendes. Zu so unmenschlicher Rohheit entartete der Parteikampf und er erschien umso grässlicher, als es der erste Fall dieser Art war. Später jedoch geriet sozusagen die ganze griechische Welt in Bewegung, denn überall herrschte Streit und die Führer der demokratischen Parteien bemühten sich, die Athener herbeizurufen, die Oligarchen, die Lakedaimonier, also die Spartaner. Entschuldigung, ich trinke kurz was, Moment. Das heißt, was uns hier gesagt wird, ist, es gab verschiedene griechische Poles, Stadtstaaten und innerhalb dieser Stadtstaaten gab es sozusagen Lager, ein demokratisches Lager und ein eher autoritäres Lager und die Autoritären suchten Hilfe bei den Spartanern und die Demokraten suchten Hilfe bei den Athenern. Während sie im Frieden weder Anlass hatten, noch entschlossen genug waren, sie zum Beistand aufzufordern, geschah dies im Krieg und im Bündnisfall. Hier wie dort erlangten, um den Gegnern Schaden zuzufügen und sich selbst zugleich neue Bundesgenossen zu gewinnen. Diejenigen, die einen Gewaltstreich versuchen wollten, mit Leichtigkeit die verlangte Unterstützung. Also es ist eine Dynamik, die von außen zusätzlich befeuert wird, wenn sie nicht überhaupt von außen entsteht. Infolge der Parteikämpfe trafen die Städte viele Drangsale, wie sie zwar vorkommen und stets vorkommen werden, solange die menschliche Natur dieselbe bleibt. Sehr evolutionär gedacht, solange die menschliche Natur dieselbe bleibt. Hier wird gedacht, dass die menschliche Natur sich verändern könne, aber eigentlich in Negation. Ich gehe davon aus, dass die Griechen nicht davon ausgingen, dass sich die menschliche Natur wandeln könne, weil evolutiv haben sie eigentlich gar nicht gedacht. Also die Entdeckung der Evolution ist eine wirklich durch und durch neuzeitliche Geschichte. Aber in der Negation ist hier eine Denkmöglichkeit, nämlich dass sich die menschliche Natur ja auch ändern könnte. So, jedoch härter und ruhiger und verschiedenartig, je nachdem, wie bei den Einzelnen der Wechsel in den Verhältnissen abläuft. Und das ist jetzt ganz entscheidend. In dieser Stelle bei Thucydides wird auf die Verhältnisse zugerechnet als entscheidende Kraft für die Verhaltensweisen der Einzelnen, auch der einzelnen Parteien. Also sozusagen, wir werden gesteuert von den Verhältnissen. Das ist letztlich Thucydides Sicht und hier hat er ganz deutlich was gesehen und zwar was gesehen, was uns nicht schmeckt, was wir nicht mögen, was wir nur sehr ungern so sehen, weil wir möchten keine Opfer oder der Verhältnisse sein oder wir wollen nicht von den Verhältnissen, sagen wir vielleicht anders, regiert werden. Wir wollen nicht, dass die Verhältnisse über unser Verhalten bestimmen. Das ist aber leider, leider der Fall. Und dafür ist die Pathologie des Krieges eben ein drastisches Beispiel, wo das überdeutlich wird. Denn im Frieden und in guten Zeiten, schreibt jetzt Thucydides weiter, denn im Frieden und in guten Zeiten haben Staaten und Privatleute eine mildere Gesinnung, weil sie nicht unfreiwillig in eine Zwangslage geraten. Der Krieg dagegen ist, weil er die reichlichen Mittel zum täglichen Unterhalt entzieht, also er macht uns arm, der Krieg, ein gewaltsamer Lehrer und stimmt das leidenschaftliche Streben der Menge ihrer gegenwärtigen Lage gleich. Den Satz habe ich nicht verstanden, den Nachsatz. Ein gewaltsamer Lehrer und stimmt das leidenschaftliche Streben der Menge ihrer gegenwärtigen Lage gleich. Also genau, das Streben der Menschen ist gleich ihrer Lage oder geht aus der Lage hervor. So beherrschten nun, heißt es hier weiter im Text, Parteikämpfe die Städte und bei jedem späteren suchte man sich nach dem, was man über die früheren erfahren hatte, darin, dass man sich unerhört Neuartiges ausdachte, weit zu überbieten, sowohl was das Raffinement der Anschläge, als was die Grässlichkeit der Rache anging. Also was hier geschildert wird, ist eine Gewaltspirale. Und wenn also das Wort Gewaltspirale im Kontext mit den alten Griechen, dann ist das deswegen sehr interessant, weil schon mal, ich weiß nicht wie lange vorher, aber auf jeden Fall eine Weile vorher, diese Thematik der Gewaltspirale schon mal thematisiert wurde und in griechischen Maßstäben gedacht, in einem anderen Zeitalter. Das ist nicht allzu lange her, aber in der Dynamik der damaligen Zeit kann man durchaus sagen, dass das eine andere Phase war, ein anderes Zeitalter und das ist eben abgebildet in der Orestie von Aeschylus, also deutlich, in meinen Worten, deutlich früher als Thucydides. Ich schaue mal die Geburtsdaten nach, dass ich nicht zu viel Stuss erzähle. Thucydides ist geboren, nimmt man an, vor 454 vor Christus, also Mitte des 5. Jahrhunderts und schauen wir uns Aeschylus an. 525 vor Christus, also circa 80 Jahre, habe ich das richtig gerechnet, 80 Jahre vorher, also nicht ganz 100 Jahre, aber wie gesagt, in den sehr dynamischen Verhältnissen der damaligen Zeit ist das ein anderes Zeitalter. Und also wir sehen, dass die Thematik der Befriedung von Gesellschaften und dass die Thematik, wie die Gewaltspirale zwischen uns, die Gewaltdynamik zum Erliegen kommen kann, immer wieder Thema wurde. Und Aeschylus schreibt also in einer Zeit, in der man innerhalb Athens eine Lösung gefunden zu haben glaubt, nämlich die Lösung der Demokratie. Und er schreibt also diese Eurystie kurz nach einem der entscheidenden institutionellen Schritte, nämlich der faktischen Entmachtung des Areoparks, des Adelsrats. Man war klug genug, diesen Adelsrat nicht aufzulösen, sondern ihn nur umzufunktionieren. Das heißt, Befugnisse aus dem Adelsrat in die Volksversammlung und in den Rat der 500 umzuschifften. Die Griechen waren sehr reformistisch und sehr konservativ in ihren radikalen Veränderungen. Sie waren also bemüht, nicht zu viel Staub aufzuwirbeln, also nicht mit dem Gestus, dass wir machen jetzt alles anders, mit dem Gestus der Revolution ranzugehen. Sie waren klüger und sie haben auch radikalen Wandel versteckt, indem sie sozusagen es haben so aussehen lassen, als würde sich nicht zu viel ändern. Das findet man auch in manchen Konzernen heute. Also in Konzernen ist oft die Dynamik, wenn es groß angekündigt wird, dann ist wenig dahinter. Aber wenn es runtergespielt wird, dann kann man sich sicher sein, dass drastische Reformen anstehen. Und dieser Logik sind die alten Griechen so viel gefolgt. Das heißt, dieser Wandel, der da passiert ist und der von Aeschylus thematisiert wird, war drastisch. Und Aeschylus thematisiert das sogar noch selber in der Orestie, indem er eben eine Art Funktionswandel zeigt, den die Erinnien, die zu den Eumeniden werden, zeigt also sozusagen, es gibt eine Integration einer fast, man könnte sagen, destruktiven oder feindlichen Macht in die Podes hinein, indem diesen destruktiven und feindlichen eine neue Funktion zugewiesen ist. Also sozusagen, man kann die Erinnien, also das sind diese Rache-Mutter-Gottheiten, kann man nicht töten oder kann man nicht vernichten. Ich meine, es sind Gottheiten, Gottheiten haben bei den Griechen immer die Eigenschaft, das Attribut der Ewigkeit an sich, also kann man sie nur integrieren. Und das ist also etwas, was immer wieder Thema wurde und wir sehen aber eben dann, 70, 80 Jahre später bei Thokydides, sozusagen, dass die Thematik wieder entstanden ist und zwar jetzt weniger innerhalb der Pollays, sondern eher zwischen den Pollays, also im eben Peloponnesischen Krieg. Und generell könnte uns das etwas sagen, weniger über die alten Griechen nach meinen und dafür halten, sondern mehr über uns. Ja, wir haben ein Problem. Die Menschheit hat ein Problem. Sie hat das Problem und das thematisiert eben Thokydides systematisch, also geradezu philosophisch. Thokydides ist sehr weit eher ein Philosoph als ein Geschichtsschreiber, beziehungsweise ein Philosoph, der seine Philosophie in der Form einer Geschichtsschreibung vorlegt. Das gibt es immer wieder. Da ist Thokydides auch nicht der Einzige. Und er legt uns also die Frage vor, letztlich können wir etwas machen, um uns selbst zu befrieden systematisch? Und seine Antwort ist relativ pessimistisch. Seine Antwort ist nämlich, dass wir das nicht können. Und das war also sozusagen in der weiteren Geschichte des politischen Denkens Europas eine Herausforderung für viele. Also viele haben das erkannt, dass Thokydides da etwas ziemlich Krasses sagt, was wir selber kaum aushalten können. Und das ist eben also sozusagen das, was er uns vorlegt und worauf er aber natürlich rekurriert sind, faktische Vorgänge. Also sozusagen worauf er sich bezieht, sind faktische Ereignisse. Und mit diesen faktischen Ereignissen schlagen natürlich auch wir uns heute rum, weil wir auch immer wieder diese Dynamiken der eskalierenden Gewalt zwischen uns haben, die eben nicht mehr die Gewalt hauptsächlich innerhalb von Gruppen ist, sondern die Gewalt zwischen Menschen verschiedener Gruppen, die aber nicht untereinander verbunden sind, sondern sich in Lagern und Parteien und Nationen zusammenballen gegeneinander. Und das ist also ein Grundproblem, das wir haben, seitdem wir größere Gesellschaften bilden. Und das thematisiert Thokydides in Bezug auf eben ein Kontingent des Ereignisses namens der Peloponnesische Krieg, also einem jahrzehntelang geführten Krieg. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie lange. Es war sehr, sehr lange, gerade für damalige Feldes, also ein jahrzehntelang geführter Krieg, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 28 Jahre, aber das kann täuschen. Ich bin nicht gut mit Daten. Schrauben wir auch das nach, Peloponnesischer Krieg, dass ich den Stussanteil möglichst klein halte. 431 vor Christus bis 404 vor Christus, das heißt 27 Jahre dauerte dieser Krieg. Ja, und also er wurde extrem blutig geführt und das ist hier also Thema in der Pathologie des Krieges. Und das ist also kein Anspruch von Thokydides, vor allem den Peloponnesischen Krieg darzustellen, sondern im Peloponnesischen Krieg ein allgemeines Problem, eine allgemeine Logik zu zeigen, die sich wieder und wieder und wieder zwischen uns Menschen im Allgemeinen abspielt. Also es geht tatsächlich um, es hat philosophische Dimensionen, bei den Philosophen geht es immer ums Allgemeine und Ewige. Ja, so, nicht um was, was Historiker dann eher interessiert, so damals oder diesen Verhältnissen war es so und so. Das ist nicht die Perspektive des Philosophen und in dem Sinne ist eben Thokydides weit mehr Philosoph als Historiker. So, zurück zum Text von Thokydides. So beherrschten also nun Parteikämpfe die Städte und bei jedem Späteren suchte man sich nach dem, was man über die früheren erfahren hatte, darin, dass man sich unerhört Neuartiges ausdachte, weit zu überbieten, sowohl was das Raffinement der Anschläge als was die Grässlichkeit der Rache anging. Hier schwingt mit, dass man also sozusagen auch an Ehre und Ansehen gewinnen konnte, indem man noch grausamer war als die, die vor einem waren oder die, auf die man reagierte. Ja, das ist also eine krasse Gewalteskalationslogik, die auch noch in der Situation selber überhöht ist. Also es ist sozusagen eine Moral des Rache-Imperativs in einem Kampf Gruppen gegen Gruppen wohlgemerkt. Nicht private Rache, sondern Gruppenrache. Auch die gewohnte Terminologie für das Handeln vertauschte man jetzt nach Gutdünken. Also die Worte sind mit das Erste, was ins Manken kommt. Ja, also die feststehende Bedeutung der Worte. Und das ist also der klassische Topos. Das ist also ein Ausgangspunkt letztlich des philosophischen Denkens in Europa, dass eben die Worte einem krassen und auch eben situativen Bedeutungswandel unterliegen können und deswegen also die Worte alles andere als etwas Haltgebendes sind, weil sie eben mit das Erste sind, was sich unter veränderten Situationen wandelt und das ist auch wiederum heute ebenfalls beobachtbar. Also wer Halt in der Sprache sucht als Mensch, ist verloren. Ja, Halt können wir in anderem finden und wir können auch diesem anderen sprachlich durchaus Ausdruck verleihen, aber nicht die Sprache selbst ist das, was uns Halt geben würde und das zeigt uns Thucydides überdeutlich. Der klassische Topos heißt hier also folgendermaßen. Denn unvernünftige Verwegenheit galt für treuergebende Mannhaftigkeit, vorsichtiges Zögern für bemäntelte Feigheit, Besonnenheit und hier muss man ganz und klar mithören, dass Sophrosyne, also die Besonnenheit, die Kardinaltugend, zumindest bei Platon ist, also die Tugend aller Tugenden und diese Besonnenheit gilt für versteckte Mutlosigkeit. Oder war es Aristoteles? Ich bin nicht gut genug. Für mich sind Platon und Aristoteles fast eine gedankliche Einheit. Ich unterscheide die beiden nicht sehr stark. Es kann auch sein, dass diese Aussage, dass die Sophrosyne, die Besonnenheit, die Kardinaltugend überhaupt, das eher von Aristoteles kommt, aber das macht nicht den großen Unterschied. Also Besonnenheit galt für versteckte Mutlosigkeit, planvolle Überlegungen in allen Dingen, für Trägheit zu jedem Tun. Also wer nachdachte, machte sich schon durchs Nachdenken verdächtig. Schlagfertiges Zupacken galt als Eigenschaft des rechten Mannes, also Aktionismus. Auf Sicherheit bedachtes Beraten dagegen als schön klingender Vorwand für eine Ablehnung. So, jetzt muss ich kurz nachschauen. Entschuldigung, weil hier ein möglicherweise wichtiger Anruf reinkommt, an den ich nur jetzt hier nicht schnell genug rankomme. Moment, ich bitte um Geduld. So, hier ist mein merkwürdiges Handy, mein Uralthandy. So, jetzt schauen wir mal, wer das ist, ob das jemand für mich wichtiger ist oder nicht. Ja, das ist jemand wichtiger, also halte ich das Video im Rest kurz. So, also die Worte unterliegen dem Wandel und gerade in ihrer Bewertung. Wer Empörung zeigte, galt immer als zuverlässig, wer ihm widersprach als verdächtig. Also, so sagen wir, man konnte durch sein Empörtsein sich zu einem vertrauenswürdigen Menschen machen und wer also sich nicht empören wollte, wer also besonnen blieb, galt als verdächtig. Hatte einer mit einem Anschlag Erfolg, war er klug, noch geschickter, wer einen entdeckte. Wer aber Vorsorge traf, dass nichts davon nötig sei, also wer den Konflikt deeskalieren wollte, schien auf Auflösung des Bündnisses bedacht zu sein und vor der Gegenparteienangst erstarrt. Also, wir sehen hier, dass eine Logik am Werk ist, in der alles Moderierende, alles Deeskalierende per se verdächtig wird. Also, sozusagen, der, der zwischen die Parteien geht oder die Parteien verbinden will, ist der Erste, der von beiden Parteien angegriffen wird. Und das ist eine Logik, die in so eskalierenden Parteikampflogiken, in eskalierenden Kämpfen auch zwischen Nationen und Staaten und so weiter eigentlich zuverlässig beobachtbar ist. Also, diejenigen, die verhindern könnten oder die es zumindest versuchen, dass der Krieg überhaupt losgeht, dass die Gewalt überhaupt losgeht, sind die Ersten, die Opfer der Gewalt werden und des Krieges werden, weil sie sozusagen von keiner der beiden Parteien geschützt werden, aber von beiden angegriffen werden. Und das schafft einen zusätzlichen Zwang, Partei zu ergreifen. Also, im Sinne von nicht unparteilich oder überparteilich oder neutral zu bleiben. Das ist also eine Situation, in dem neutral bleiben direktgehend gefährlich ist. Besonders verdächtig ist man, also überspitzt gesagt, wenn man der Feind ist, wenn man der offene Feind ist, ist man weniger verdächtig, als wenn man neutral zu bleiben versucht. Und das verstehen dann viele Leute nicht, die versuchen, neutral zu bleiben. Also, dann ist man wenigstens klar der Feind und als Feind genießt man einen gewissen Respekt. Aber bedrohlich, wirklich bedrohlich eben für die Konfliktlogik sind ja die Neutralen, die Verbindenden, die den Kit der Gesellschaft bilden wollen. Und genau deswegen sind sie also die, die am vehementesten angegriffen werden, noch vehementer als der Feind selbst. Und das begreifen Leute immer wieder nicht, die also dazwischen gehen und versuchen dann zu moderieren und zu verbinden, in welche Gefahr sie sich begeben. Oder sie sind halt wirklich Märtyrer, sie sehen die Gefahr und machen es trotzdem. Es hilft halt nichts. Also, diese Logik, diese Eskalationslogik ist zu stark, als das Einzelne, das in diesen Dimensionen, zahlenmäßigen Dimensionen, in denen wir heute unterwegs sind, da irgendwas ausrichten könnten. Das müssten also Hunderttausende sein, wenn nicht Millionen, die dazwischen treten und vermitteln, also wirklich als in persona. Und das ist undenkbar. Am Ende sind es immer Einzelne, die Vermittler gestalten, also sehr wenige. Und das sind also so schwache Kräfte, dass sie diese Eskalationslogik eben nie aufhalten können. So, weiter heißt es im Text. Jetzt schaue ich noch, wie weit ich da weitermache. Eben angesichts dessen, dass ich das eigentlich hier kurz halten will. Und überhaupt lobte man, wer dem zuvor kam, der ihm Böses anzutun beabsichtigte und wer auch den noch dazu aufreizte, der keine feindlichen Absichten hegte. Desgleichen wurden Blutsverwandte geringer geachtet als Parteigenossen. Ja, wer so hier zum Beispiel gehört, so Klagen darüber, dass in den USA die politischen Spaltungen und Risse quer durch die Familien gehen. Willkommen im Club. Da haben vor 2400 Leute schon mal drüber geklagt, nämlich in diesem Fall Tuküdidas. Also es ist alles keine neue Geschichte, sondern es ist alles, so blöd das klingt, schon mal da gewesen und könnte uns zu denken geben. Also die Frage ist, lernen wir was aus der Geschichte? Lernen wir etwas daraus, dass diese Probleme nicht neu sind, sondern im Grunde uralt sind? Weil sie eher bereit war, vorbehaltlos loszuschlagen. Nochmal der Satz. Desgleichen wurden Blutsverwandte geringer geachtet als Parteigenossen, weil sie eher bereit waren, muss es hier heißen, vorbehaltlos loszuschlagen. Also sozusagen im Krieg sind Parteigenossen, sind Kameraden zuverlässiger als Verwandte. Denn solche Vereinigungen bezweckten nicht gegenseitigen Beistand im Einklang mit den gegebenen Gesetzen, sondern Eigennutz gegen die bestehende Ordnung. Das heißt, es waren Raubbeuter, also es waren sozusagen Ausbeutungsgemeinschaften, diese Parteien. Also im Sinne von, wir tun uns zusammen, um eigentlich gegen die gemeinsame übergeordnete Ordnung das Beste für uns hier rauszuholen. Und gegenseitige treue Gelübde befestigten sie weniger durch religiöse Weihe als durch gemeinschaftliche Übertretung der Gesetze. Das kennen wir auch heute. Gemeinschaftliches Kriminellsein kann einen drastisch aneinander binden, indem man eben gemeinsam Gewalt ausgübt. Deswegen ist es zum Beispiel in vielen extrem gewalthaften Konflikten heute so, dass Menschen gezwungen werden, anderen Menschen Gewalt anzutun, weil wenn sie das einmal gemacht haben, sind sie sozusagen mit drin in der Logik und kommen nicht mehr raus, weil sie sich eben schuldig gemacht haben. Und deswegen zwingt man die Leute, Gewalt anzuwenden, selbst unter Androhung von Gewalt, aber dann hat man sie sozusagen, weil sie jetzt zur kriminellen Bande dazugehören. Ja, so, das ist etwas, was eben auch damals schon beobachtet wurde vor 2400 Jahren. Alles nicht neu. Die ehrlich gemeinten Vorschläge der Gegner aber erwiderten sie, wenn diese in Vorteil waren, mit tatsächlichen Vorkehrungen und nicht mit ehrlichem Vertrauen. Also es ist eine Situation, in der es kein echtes Vertrauen mehr gibt. Ferner stand es höher in Ehre, Rache an jemandem zu üben, als selbst nicht zuerst zu leiden. Und wurden etwa einmal zur Versöhnung Eidschwüre gegeben, so hatten sie, da sie von der einen wie von der anderen Seite nur im Drang der Not gegeben wurden, nur für den Augenblick Geltung. Also sie waren sozusagen nichts wert, diese Eide der Versöhnung, solange sie keine Unterstützung anderswo her hatten. Ja, also in dem Moment, wo sie sozusagen dann Sparta oder Athen vorbeirufen konnten, wurden sie sofort eidbrüchig und versuchten also wieder ihren Gegner zu unterjochen, wenn nicht sogar umzubringen. Bei erster günstiger Gelegenheit aber rechte sich, wer sich zuerst dazu ein Herz fasste, wenn er den Gegner nicht auf der Hut sah, also man kann sich keinerlei Schwäche erlauben, weil jegliche Schwäche, jede Lücke im Panzer wird sofort ausgenutzt, lieber eben jenes Vertrauens wegen als im offenen Kampf und stellte dabei nicht nur die Gefahrlosigkeit in Rechnung, sondern auch, dass er, wenn er durch Täuschung siegte, zusätzlich den Kampfpreis der Klugheit gewann. Also sozusagen, es wurde gar nicht so oft die offene Auseinandersetzung gesucht, sondern sozusagen wirklich die Intrige, also sozusagen auch nicht die Form von Kampf, wo man dann meint, so der ehrliche Kampf und dann macht man aus, wer der Stärkere ist oder so, sondern man agierte mit List und Tücke und galt dann sogar noch als besonders klug. Also nicht nur als siegreich, sondern als klug. Und das war also noch besser, als im offenen Kampf zu siegen. Lieber aber lassen sich die meisten Leute, wenn sie Verbrecher sind, gescheit als dumm, wenn sie brav sind. Da fehlt ein Verb, müsste man im Altgriechischen nachschauen, da bin ich gerade zu faul. Also steht hier nebendran im Text. Wie gesagt, ich verlinke es gleich. Vor dem allen aber lag die Ursache im Verlangen nach Macht, um Herrschsucht und Ehrgeiz zu befriedigen. Ich würde sagen, ein Zwang zur Macht, weil wer nicht keine Macht hatte, sozusagen sofort in dieser Kriegslogik, in dieser Kriegsdynamik unterging. Und jetzt heißt es weiter im Text. Daher auch, wenn der Parteienstreit begann, der leidenschaftliche Eifer. Denn diejenigen, die an der Spitze der Städte standen, gebrauchten zwar die einen wie die anderen wohlklingende Namen und kämpften hier um bürgerliche Gleichberechtigung der Menge, dort um besonnene Herrschaft der Besten, also Demokratie versus Aristokratie. In Wahrheit aber betrachteten sie das Volk, dem sie angeblich dienten, nur als Kampfpreis. Und indem sie auf jede Weise übereinander zu siegen trachteten, wagten sie das Entsetzlichste und gingen bei ihren gegenseitigen Verfolgungen immer weiter und weiter, indem sie über die Gesetze der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls hinaus steigerten. Indem sie sie über die Grenze der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls hinaus steigerten. Also die Verfolgungen wurden immer weiter gesteigert. Da sie sich nun so durch die jeweilige Rachsucht leiten ließen und entweder durch ungerechte Verurteilung oder durch Gewalt zu siegen betrachteten. Waren sie bereit, sich ihrer, also auch die Gerichte wurden benutzt in diesem Parteikampf, auch das erleben wir heute, dass Gerichte zu Instrumenten, also das Justizsystem zu einem Instrument im Parteikampf wird. Waren sie bereit, sich ihrer augenblicklichen Parteivut zu überlassen? Da übten die einen so wenig als die anderen Gottesfurcht. Vielmehr brachten schön klingende Worte, wenn man so auf empörende Weise etwas erfolgreich durchsetzte, einen besseren Ruf. Der Rest der Bürgerschaft aber, der parteilos in der Mitte stand, wurde zugrunde gerichtet. Entweder, weil er nicht mitkämpfen konnte oder aus Missgunst, er könnte unversehrt davon kommen. Also man wollte, hat es den Leuten nicht gegönnt, wenn sie sich raushielten und dann sozusagen keine Opfer der Gewalt wurden. Wie gesagt, die Logik ist dann, dass sie in der Regel von den Anhängern beider im Kampf verstrickten Parteien verfolgt werden, aber von keiner der beiden Parteien geschützt werden, weswegen die Position in der Mitte, die neutrale oder vermittelnde Position in solchen Konfliktlogiken immer die allergefährlichste ist. So fand nun jede Art sittlicher Verderbnis infolge dieser Parteikämpfe in der griechischen Welt, in die, in die griechische Welt muss es heißen, ah ja, in der griechischen Welt Eingang und die Einfachheit, die dem Adel der Gesinnung am nächsten steht, wurde verlacht und verschwand. Dagegen fand es immer mehr Anklang, einander mit tiefem Misstrauen gegenüberzustehen. Also was hier beklagt wird, ist der Verfall der Tugend im Allgemeinen. Denn Versöhnung zu stiften war kein Wort zuverlässig, kein Schwur furchtbar genug. Und da alle Stärkeren innerlich überzeugt waren, dass doch nicht auf Treu und Glauben zu rechnen sei, suchten sie sich mehr durch Klugheit im Voraus gegen Schaden zu schützen, als Vertrauen zu beweisen. Wer hier jetzt Thomas Hobbes mithört, hört richtig. Also daher hat es Hobbes wahrscheinlich. Also sein Bellum Omnium Contra Omnis hat in dieser Stelle bei Thucydides wahrscheinlich irgendwo ihre Wurzel, plus halt die historischen Erfahrungen, die Hobbes selber in seiner Zeit gemacht hat, und zwar in den englischen Religionskriegen. Es gewannen hierbei selbst Leute von geringerem Verstand, meistens die Oberhand, denn sie fürchteten ihre eigene Schwäche und die Klugheit der Gegner. Sie waren besonders ängstlich, gerade weil ihnen bewusst war, dass sie nicht sonderlich helle sind, waren sie besonders aggressiv. Sie möchten sowohl bei den öffentlichen Debatten den Kürzeren ziehen, also sie konnten nicht verbal mithalten, also wurden sie besonders gewalttätig, als auch infolge deren geistigen Gewandtheit und mit einem Anschlag überrascht werden und Schritten daher mit Entschlossenheit zu Tat. Also die Klügeren kommen ins Hintertreffen, gerade weil sie wissen, dass sie klug sind und sich glauben, durch ihre Klugheit schützen zu können, selbst wenn sie also aggressive Kluge sind, im Sinne von, also offen auch zu dieser Kampflogik stehen, sind die, die von geringerem Verstand deswegen in dieser Situation jetzt zum Vorteil, weil sie mehr Angst haben und deswegen früher losschlagen als die anderen. Also die anderen glauben noch länger sozusagen, dass sie Vorteile aus einer ruhigen Situation haben, während denen von schwächerem, geringerem Verstand sozusagen früher klar ist, trotz ihres geringeren Verstands, dass das hochbedrohlich ist und deswegen sozusagen neigen sie zu früherer und noch größerer Aggressivität und das heißt auch die Klugen kommen mit als erste unter die Räder dieser Konfliktlogik, dieser Pathologie des Krieges. Jene dagegen meinten in ihrer Geringschätzung, sie würden es wohl vorher merken und hätten es nicht nötig, durch die Tat zu gewinnen, was sie durch Klugheit gewinnen könnten und fanden so mehr als jene den Untergang durch Mangel an Vorsicht. Ja, das ist praktisch Hybris. Ja, die Intelligenten haben in dieser Konfliktlogik nicht unbedingt Vorteile. Ja, aus eigener Hybris heraus und zwar aus berechtigter, berechtigter Annahme intelligenter zu sein, hilft es ihnen aber in diesem Fall nichts mehr. Ja, auch das könnte man von Tukhüdetes lernen, wenn man wollte. So, jetzt noch den letzten Absatz. In Kerküra, um das es hier geht, also eine bestimmte Polis ist das, glaube ich. In Kerküra nun wurde das meiste hiervon zuerst gewagt. Das war so eine Art Präzedenzfall für diese Eskalationslogik der Pathologie des Krieges. Die einen, die mehr mit rohem Übermut als mit Mäßigung beherrscht waren, übten jetzt Vergeltung, sowie ihre Zwingherren die Gelegenheit zur Rache boten. Die anderen sehnten sich, die gewohnte Armut loszuwerden und hätten die Güter der anderen zugleich mit Befriedigung ihrer Leidenschaften zu erhalten gewünscht. Wieder andere gingen ursprünglich nicht mit selbstsüchtigen Absichten, sondern um ihrer Gleichberechtigung willen in den Kampf, ließen sich aber unfähig ihre Leidenschaft zu zügeln, weit fortreißen und verfolgten so auf eine barbarische und unbarmherzige Weise den Sieg. Also das heißt, auch hier sehen wir, aus ursprünglich guten Absichten gehen dann ganz ungute Dynamiken weiter. Die Leute bleiben nicht bei ihren Absichten, sondern die Absichten selbst verändern sich im Zuge dieser Pathologie des Krieges, dieser Eskalationsdynamik. Also das Veränderlichste sozusagen an dem Ganzen ist sowohl die Sprache als auch das Bewusstsein des Menschen. Nichts da hat Bestand und ist im Prozess noch so, wie es vorher war oder am Ende des Prozesses so, wie es mitten im Prozess ist. Es kommt zu einer wirklich allgemeinen und zwar sehr negativen Umwälzung aller Dinge, von denen wir glauben, dass wir auf sie bauen können oder dass sie verlässlich seien. So gerieten nun zu dieser Zeit die Lebensverhältnisse der Stadt in Zerrüttung, der Polis. Steht hier Polis? Ja, Polis steht hier für Stadt. Und die menschliche Natur ohnehin gewohnt selbst gegen bestehende Gesetze zu freveln, zeigte, als sie die Gesetze über den Haufen gestürzt hatte, mit wahrer Lust, dass sie die Leidenschaft nicht zu beherrschen wisse, sich über das Recht hinweg setze und allem hervorragenden Feind sei. Also hier hören wir den Aristokraten Thucydides, der sich nach einer Aristokratie sehnt, nach der alten Adelstugend. Das ist eine Schwäche der Analyse an der Stelle, aber das nur am Rande. Sonst würden sie sich nicht die Befriedigung der Rache höher als die Tugend und den Vorteil höher als die Scheu vor Ungerechtigkeit achten, wobei ihnen die Missgunst ihre verderbliche Kraft verlieren würde. Also nur um es klar zu machen, Thucydides ist ein konservativer nach heutigen Maßstäben in der damaligen Zeit gewesen. Und zwar, ich würde sagen, eher ein ultrakonservativer. Also die ganze Ordnung wird über den Haufen geworfen, niemand mehr hält sich an sie, es gibt eigentlich im Grunde keine gemeinschaftlichen Gesetze mehr, es gibt kein gemeinsames Gerechtigkeitsverständnis mehr, sondern alles wird hineingerissen in den Kampf der Parteien, in den Kampf der Lager, in den Kampf der Nationen oder in der damaligen Maßstäben in den Kampf der Polleys. Das ist die Pathologie des Krieges und also wem das nicht vertraut vorkommt, dem ist aus meines Erachtens nicht mehr zu helfen. Und dann ist immer die Frage, was ziehen wir jetzt daraus für Schlüsse? Was ziehen wir daraus für Schlüsse, dass Menschen vor 2400 Jahren, beziehungsweise wenn wir noch weiter zurückgehen, die Probleme, mit denen sich Sodom und Kleistinnes rumschlagen mussten vor 2600 Jahren, dass Menschen schon vor 2600 Jahren Probleme hatten, die unseren heutigen Problemen leider verdammt ähnlich sehen. Weil dann begreifen wir, dass wir im Grunde keinen wirklichen Fortschritt gemacht haben, also dass wir sozusagen es geschafft haben, uns in einer ganz bestimmten Hinsicht nicht weiterzuentwickeln. Und das ist ja dann die Frage so, okay, wenn das so ist, was ist dann der logische Schluss daraus oder was ist ein möglicher Schlüsse daraus? Und mit dieser Offenheit würde ich dann gern hier einen Punkt machen und endlich zurückrufen. Ich wünsche euch was. Ceterum Zensio. Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, also die Gleichordnung gelost werden muss.